Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Luigi and the Island of Mystery Starbound Bridge Safe State Nö, möcht ich nicht haben Da 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 Oh Gott, diese X treiben mich in den Wahnsinn Äh, Caution, some parts of this bridge are damaged. Be careful as you cross Das heißt also ungefähr ein paar Teile sind hier beschädigt, wie zum Beispiel das hier Und, äh, das hätte ich gerne Hahaha Okay, äh, könntest du mal bitte zu mir kommen? Ich wäre ihnen sehr verbundener Mich würde interessieren, was da oben drin ist und das Ding tut mir weh, dachte ich mir Kann ich vielleicht hier zurück, dass die Bob-Oms wieder kommen? Nö, natürlich nicht Oh Gott, meine Spin-Jump-Taste So Yoshi Nein So, einmal hier durch, einmal zurück Für ne Münze Wirklich Wirklich, für ne Münze Mach ich mir hier den ganzen Aufwand Hm, ja Dankeschön Oh Ich dachte, da kann man hoch springen Geht nicht Weg damit Hm, nom nom So, gibt's hier noch irgendwas für uns außer ne Yoshi-Coin? Nö Nö So Na, schmeckt's? So, erstmal dich hier wegfressen So, geht's hier rein? Nö Äh, zack Weg damit mit dem Zeug Weg damit mit dem Zeug Weg damit mit dem Zeug So, was hätten wir denn hier? Aha, ich, ich verstehe Zweites Exit und so Nö Ähm, nein 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 Ah, da kommt noch ein Stachel Also, ich darf nicht zu tief kommen, ne Zack Da, da, da Da, 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 da Da, 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 da Wow So, hier durch Nö, 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 nö Ne, nö, nö, nö Dürfte aber normalerweise so sein. Wo habe ich denn eigentlich meinen schlauen Zettel? Wie das Level hieß. Ich glaube hier. Blue Mega Starship. Okay. Das heißt, ist das hier der Weg vom Anfang? Ach ja, guckt mal an. So, das heißt, Starwarp. Safe State. Und wenn wir den eh frei haben, dann werde ich den jetzt auch spielen. Safe State. Möchtest du wohl? Ah ja. Und für was jetzt kommen die eigentlich? Nö. Boah. Gibt es hier unten irgendwas Spezielles? Das hat irgendwie ausgesehen wie eine Tür. Bist du jetzt bald fertig? Dankeschön. Brauche ich hier vielleicht einen P-Switch? Da springe ich über den Poké drüber und genau in den Kaktus. So. Oh Gott. So, Safe State. Ja. Oh, hallo Yoshi. Kann ich mit dir auf die Kakteen? Ja. Zum Glück. Äh. Wer bist du denn? So, gibt es hier irgendwas? Nö. Sieht mir irgendwo nicht so aus. Hier vielleicht? Nö. Okay. Okay. Einmal hier lang. Einmal hier lang. Wofür habe ich gerade nochmal die Feder genommen? Ah, Gott. Nee, nicht so weit. Das reicht. Hier geht es auch nicht rein. Nur mal rein Interesse halber. Okay. Da ist der Tod. Hier vielleicht was? Nö. Ah, hat ein Schlüsselloch. Gibt es hier auch zwei Ausgänge? Dann müsste ich ja vielleicht in einem anderen Level auch noch gucken. So, dann sollte ich vielleicht mal hier rüber. Ah ja. Da hätten wir einen P-Switch. Safe State. Nee, hier nicht. Nein. So, die Frage ist natürlich, muss ich jetzt zurück oder? Oder muss ich hier weiter, um den Schlüssel zu holen? So, hier. Oh, Gott. Diese Kakteen. So, die mal ausspucken. Habe ich hier nicht da unten irgendwo so eine Art, ähm. Yoshi. Nee, hier war das nicht. Oh, mir geht schon wieder so was von die Zeit flöten, ne? Mal hier ein bisschen. So. Äh, wo kommt der denn jetzt her? Meine Zeit läuft ab. War das nicht hier unten? Hier rechts oder so? Ah. Safe State? Ähm, das Problem ist, wenn ich da jetzt mit Yoshi durchgehe, ist der Schlüssel wieder weg. Jupp. Entschuldigung, Yoshi. Und ich weiß, die Zeit wird knapp. Ich weiß es. Ich habe schon gemerkt. Und dann kommt hier so eine böse, böse Schlange und will mir ans Leder. Wow. So, gleich hier lang. Ich gehe rüber, hier rüber. Weg, böse Schlange. Und hier nach rechts. Wir schaffen das noch. So. Ach, das geht dann in die Mitte. Continue and save. Das heißt, im anderen Level muss ich auch noch den Schlüssel und Schlüsselloch finden, ne? Aber zuerst mal hier, ne? So. Feuerblume. Safe State. Jetzt können wir aber hier ein bisschen schneller durchhuschen. Vorausgesetzt, ich nehme nicht wieder irgendeinen Kaktus oder so mit. So, einmal gleich hier hoch, hier hoch. Zack, zack, rüber. Dich interessiert doch keiner. Nein. So. Ich möchte... Oh, hier gleich rüber. Da ist ein Kaktus. Genauso wie hier. Na, bald fertig. Ja. Ich save am besten mal hier. So. Lass mich in Ruhe. So. Oh Gott. Diese Kakteen, warum übersehe ich die eigentlich die ganze Zeit? So, bist du bald fertig? So. Okay, das soll mir jetzt aber auch egal sein. Aber das nicht. Und das auch nicht. Komm. Durch jetzt. Ich schaff's einfach nicht. Na, da hüpfen wir da nochmal rein. Das war jetzt eine schwere Geburt, der Schluss. Aber nur so ein bisschen. Ne, 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 ne. Okay, dann hätten wir das. Wir safen einmal. Und gehen quasi über das Portal zurück. Über den Warp. Ne, falsche Richtung. So, hier lang. Hier lang. Und hier brauchen wir noch das normale Exit. So. Oh, ich hätte mir einfach, ne. Das wäre einfacher gewesen. Brauchen wir nicht mehr lesen. Ich hätte es vielleicht doch lesen sollen. Oh, Gott. Rümpfs. Jetzt aber. Ah, da war ja was. So, geht's leichter. Yoshi zu mir. War eigentlich hier was? Ne. Da-dum. Ah, knapp. Ähm. Hallo? Hm, 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 hm. Ach, ja. So. Weg mit dem Zeug. Steht alles nur im Weg rum? Warten. Warten. Böses Ding. Ne, du bleibst da. Möchte ich weiterhin mitnehmen. Moment mal. Ne, das möchte ich nicht lesen. Ich möchte hier, den hier haben. Mittelpunkt. Was hätten wir hier? Ach, noch ein Leben. Warum nicht? Wenn das schon mal da ist, können wir uns das auch mitnehmen. So, und hier gibt's dann vermutlich, äh, das normale Exit. Hier gibt's dann vermutlich das normale Exit, ja. Oh, ich hab's aber auch gerade. Ich sollt heute... Warum so schwer, wenn's einfach auch geht? Geht's hier raus? Nö. Huh, der war, der war knapp. Äh, nö, möchte ich nicht ha- Oh, haben! Yoshi! Ich möchte, ich möchte ihn behalten. So, wie ich diese fliegenden Fische hasse. Ach, nö. Ja, dann bleib eben da. Und warum... Wollte gerade sagen. Warum willst du da nicht hoch? Wahrscheinlich brauche ich ihn jetzt da noch. Nee, nicht mal. Nee, nee, nee. So, wir gehen wieder baden. Und hätten schon wieder ein Level mit zwei Exits. Und das auch noch, ne? Wieder mal Wasserlevel. Ja, Leute, aber ich würde hier auch eine kurze Aufnahmepause machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Luigi and the Island of Mystery.